So, dann würde ich sagen, fahren wir mal Ruhe zu Instaheat. Und was die dazu sagen, denn das Ventil muss angepasst werden. Und wir haben es im Intro des Falls ja gesehen, dass es angepasst wurde, dieses Ventil. Das haben wir ja gesehen, dass da irgendwie dran rumgebaut wurde. Aber wer es war, hat man natürlich nicht gesehen. Also ist nur an uns herauszufinden. Was genau die ganze Sache damit zu tun hat. Also rüber zu Instaheat. Fast hat es geknallt wieder. Okay, da haben wir es. Da vorne ist die Firma. In Instaheat Fabrik. 2 Uhr, 46 Uhr. Mit Ducks. So you're the first in this family born without a tail. LAPD Detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. I see. Well, duty manager for today is Mr. RASIK. You should find him in his office. Even RASIK. Did you see his lovely wife and children in the paper? Are you drunk, mister? Or are you just cracked? I'm gonna make him take me to the pictures tonight. Is der das? Nö. Not in your life, Buster. Anscheinend nicht. Hier können wir auch nicht weiter. Da haben wir... Okay. I saved the whole year for that car. Ah. Did you read about the Taraldson case in the paper? That's the detective who solved it. Those poor kids losing everything. I knew it wasn't... New and improved model. We'll be selling these like hotcakes. He's only a writer. He can't really help me. Neues model. Ah, yeah. Mal schauen, wie viel besser das Modell ist als das alte. Yeah, I've been anchoring for a dumpster. Ah, das scheint dazu sein. Stuff only. Ah, manager. Schichtleiter. Arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from my model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? Okay, das heißt, dadurch, dass diese Membran umgedreht wurde, wird der Gasfluss nie wirklich abgestellt. Das heißt, es läuft dauernd. Gas. Ja, wir fragen hier gerade Ivan Raysic. 52 Jahre alt, instilliert Fabrikleiter. Ja, fragen wir mal dem Modell 70. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. I think you're lying, Raysic. Okay. Either these heaters are flawed at inception or they're badly put together. Which is it? If you want to pursue that line of questioning, we could have our day in court. I put my engineering credentials up against yours. Hm, nee. Sorry. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Genau. Aber ich glaube nicht, dass er die Wahrheit sagt gerade. Ich glaube nicht, dass er die Wahrheit sagt gerade. Er scheint ein bisschen unruhig zu sein dabei. Aber man sieht es ihm jetzt auch mittlerweile an. Ich würde er sagen, mich zweifels an. You're telling me that you've never had any problems with this heater? Look, you've changed the design since the Model 70. These things are still being installed? It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Okay. Als neuen Hörs haben wir jetzt die Aussage. Boiler-Wartungs-Protokoll. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. You employ accredited mechanics to do this. We call them installers, technically they're gasfitters. Installers then. They know what they're doing, Detective, if that's what you're trying to employ. I want you to give me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. I must have escaped the loony bin. This is a long shot. We are not going to rouse that whole list. Ryan Matthews is on. I want to run it by R&I. Cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. You are a modest little person. With much to be modest. Yeah, I've been anchoring for a day. There, Reginald Varley. Okay. Then I'll take that back. I don't know if that's the opposite. I thought that he was on the list. I was on the list. Operator, give me dispatch. I'm putting you through now. Phelps, one, two, four, seven. How could I help, detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, detective. Run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kellegrew Peter, Kuttner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William Barley Reginald, Zurich Stephen. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. Four-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court. Attempted murder. Plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is original Barley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Ooh. That's right. That's right, I think. The Clemens roster is quite the rogues gallery, Mr. Racic. Desperate times indeed. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina in 3rd. What about Ryan? Currently working on a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly in Mariposa currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show them and keep quiet. Here. Here. Happy now. Stick around, Mr. Racic. Clemens is a fellow traveler. Oh god, that's not all. That's not all. That's not all. That's not all. That's not all, right? Also, I read it myself not really with. Scheint aber sonst nix mit dem Fall zu tun zu haben. Okay, das ist Clemens. Some light reading on the merciless capitalist machine. Okay, das ist jetzt das, was ich, ähm, ja, ich kann hier gerade nicht raus. Das heißt, wir müssen uns jetzt wohl und übel noch mal anschauen. Sehr nice. Ryan wants the world to be a better place, don't we all? Mhm. No good to me. My company went through thousands of these in the war, still got eaten alive. Barley hat ein Problem mit den Bugs. Welche ja, unter anderem dazu verwendet wird... Wissen Sie, dass ein Moskito-Koil eine Stunde dauert, um sich zu verbrechen, Racic? Nein, ich wusste das nicht. Es ist die Lieblings-Agnition von Arsonisten. Es gibt ihnen Zeit, um weg zu gehen. Du bist verrückt. Er ist wahrscheinlich nahe der Kanäle in Venice. Wissen Sie, wenn ich dich zu gehen lasse? Ich habe Arbeit zu warten. Ja, ja, natürlich kann er uns alleine lassen. Drei Bärchen. Clemens, Ryan, Varley. Woher zu, Phelps? Du bist eine modeste kleine Person. Mit viel, was zu modesten sein wird. Ich würde mal zuerst Clemens nehmen. Das ist der weiteste, aber können wir durchaus nehmen. Nanu? Ich hatte mich noch nie大概 12 Uhr. Wir fern zwei. Du bist ein Frau der K Bee. Ich habe mich noch eine Meine holds. но viele Sachen gibt mir gegenüber uns selbst. Oh, oh. Ich glaube, wir sollten ein bisschen schneller machen. Denn wir haben gerade gesehen, dass der Brandstifter schon wieder ein Gasventil manipuliert hat. Ich weiß nur, ob es Clemens ist. Ich war so klar, dass ich wieder treffe. Okay, dann mal ab, dafür die Straße runter. Da vorne ist es schon. Clemens im Holtagsharbeitsstille. Biggs, LAPD. Wir wollen ein paar Antworten und wir wollen ihn schnell. Okay, okay. Was ist das alles? Sag mir, was du willst. Okay, wir fragen Walter Clemens, 26 Jahre alt, in Gawson's dazu, nach Verbindung zu Varley. Du kennst Reginald Barley? Nein? Ich kann nicht sagen, wie ich es mache. Ähm. Du hast einen wirklichen Vipers nest, den Insta-Hiton nicht benutzt. Arsonisten, Mörder, Kommunisten. Was muss das mit mir tun? Du kannst nicht prüfen, dass ich alles hinterher bin. Das ist das mit mir. Ja, du hast aber eine hübsche Polizei-Akte. Schau, ich bin kooperativ. Wie soll ich mich wieder nach arbeiten gehen? Okay, das war's nicht. Anscheinend für den Insta-Hit. Du bist licensiert und arsonistisch für Insta-Hiton? Ich habe einen Kontrakt für sie. Also was? Ich zweifle es einfach an. Insta-Hiton arsonisten, oder? Ich habe als Fitter all mein Leben. Ich habe alles in die Hübsche gehabt. Und mein fucking Möden-Schock-Aber-Wifel wird gewartet in Settlement. Sie ist blöden Spick zwei an-a-time während ich arbeite. Und sie hat die Hübsche. Ja, ich habe es gebeten. Ja, ich habe es gebeten. Ich habe die Füße auf den Füßen und habe es gebeten. Ich habe meine Zeit, und ich habe es wieder gemacht. Sorry über das Rouse, Clemens. Du hast die richtige Sache gemacht. Hahaha. Holy crap. Biggs. Was soll das denn schon wieder? You did the right thing. So, Matthew Ryan. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Soll ich einfach anzweifeln? Oder soll ich sagen Lüge? You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Uh, das Flugblatt. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. HUAC might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Fries me nuts. He's got it in for the company. Alright, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Oh yeah, he's not our man. Well, but it could be Matthew Ryan's. And that's why I'm going to look at the map and do a quick pick. Ah, there's Ryan's work. Up in the corner. Up. Ah, the warning of Vicks was really bad. You did the right thing. Yeah, they had the right thing done. And they had to get rid of it. And they had to get rid of it. Meine Güte. So. We're on the deck, it must be. Ah, now we're going to go along. We're going to go along. See you later. See you later.